In der neuen Folge, den anderen zwei Chaoten. Wir gehen jetzt erst mal mit Zombies schlachten, beziehungsweise Skandibalen. Bald brauchen wir die abschlachten. Ja! Ich weiß gar nicht, warum die so sauer sind, wirklich. Ich werde denen ihre komischen Finger, die sie anbeten, zerstören. Weiß ich auch nicht, warum. Ich hab bis jetzt nur so fünf Stück oder so davon kaputt gehauen. Stell dir mal vor, jemand wird deinen Briefkasten immer wieder kaputt schlagen. Ich würde dir einen Fieser dafür geben. Scheiße, das ist so klar, was du willst. Warum, dann krieg ich keine Post mehr. Keine Rechnung. Ja, tut mir leid, nix erhalten. That is not how it works. Wo sind die alle hin? Ihr macht das schon. Sind die alle hin? Ihr schafft das. Was? Ihr schafft das. Ihr hinten. Die laufen die überall rum. Ja, ich brauch erst noch ein paar Schädel. Du kannst hier noch die Schädel mitnehmen, das wäre voll süß von dir. Das sind drei Stück. Danke. Nein. Ja, hier hinten sind ganz viele. Ach du Scheiße. Ich kann deinen Schriftzug nicht... Da ist dein Schriftzug. Ja, da ist alles voll. Welche Schädel denn? Da liegen drei Stück. Wo? Leute! Ich bin da schon auf dem Weg zu dir. Oh. Da sind doch nur zwei, drei Stück, Mensch. Okay, gut, sind vielleicht vier. Warum ist meine Ausdauer eigentlich so scheiße? Das nervt mich. Mich nervt das, dass die immer so flink weglaufen. So, ich will nur Hallo sagen und die laufen weg. Von hinten ist echt assi. Leute, lasst mich mal ran. Ima das jetzt hier. Lass den in Ruhe, nicht von hinten. Komm mal her hier, komm mal her. Hey, Nuggeteyschen. Nuggeteys. Die haben sich voll auf Justin abgesehen. Der rennt voll weg von mir, das voll schiss. Oh, der ist einfach... Leute. Warte, Baumzellen, Baumzellen, Baumzellen. Nein. Wo seid ihr? Satisfying. Brenn. Brenn in der Hölle. Ja. Okay. Ist da noch einer auf dem Baum? Weiß nicht, fäll den Baum. Du wirst es merken. Ich hab aber nur Axt. Ja. Und ich hab auch Kettensäge. Nimm halt die Axt. Die moderne Axt ist schnell eigentlich, was Bäume am Fällen abgeht. Ist die schnellste Axt im ganzen Spiel, glaube ich. Nicht richtig lieb. Ja, das ist gleich mal Schlagen mit Werden. Das ist fertig. Ja, wir werden gleich sehen, ob da noch jemand in den Baum haupt. Oh, ne. Oh, Mann. Das ist ja noch gar nicht fertig gebaut. Leckt mich doch. Was denn? Das lagert vorher. Na, egal. Komm. Wann, das sind alle? Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich hab mir gedacht, da gibt es jetzt gleich mehr Axt. Wollen wir jetzt noch die Körper verberennen, oder was ist los? Ach, das ist recht fertig. Es sind noch fünf Baumstämme. Haben wir noch fünf? Das ist gar keine schlechte Idee. Ein, zwei, 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 zwei. Aber warum, wie du kannst gleich noch schlachten, wir gehen jetzt in die Höhle, da ist noch mindestens ein Mutant. Ein, drei. Ja. Schädelspeiten. Und zur Not gehen wir auf dem Heimweg noch mal schnell in die Katana-Höhle und klatsche da noch mal schnell den Arm hier oben und die anderen klein. Einer fehlt. Muss auch immer noch die Mutanten-Ferdung mitnehmen. Boah. Hab ich gar keinen mehr. Ist ja kacke. Egal. Oh, meine Schädel-Tasen vollständig. Ja, Leute, bewertet gerne mal die ganzen Bildings, die wir hier haben schon, ne? Aber echt hart gearbeitet für alles. Frag mich, warum da oben mittlerweile im Turm stehen, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Ja. Amsie meinte, klatsch ich mal den Baum um. Was? Wer? Sein Arm. Nee, aber ich geb den immer einen Spitzenarm. Die sind voll witzig. Sein Riesenbaby, das andere ist beid. Nee, Spider-Humming. Sein T-Shirt. Nee, nee. Ich brauch noch paar Knücheln. Amsies, Spider-Woman und ähm, Ries, Baby. Ich brauch noch paar Knücheln und noch ein bisschen Stöcke. Ich brauch Baumstämme. Ganz viele. Dann nicht wieder in der Baufolge, Leute. Nein. Nein. Verhext. Wo war sowas von? Hast du voll Asi in der Folge, das zu bringen, ehrlich? Was denkst du? Dieses Verhext. Ich halte mich da jetzt nicht dran. Normalerweise halte ich mich dran, aber jetzt halte ich mich da nicht dran. Ganz ehrlich, das wäre die ruhigste Feuerwehr. Oh Gott, können wir los? Ja. Bin doch schon hier, ich warte schon noch. Oh mein, wo? Ich seh keinen Schlumpf. Hier am Strand. Den Schlumpf außen. Oha, oha. Ah, schade. Ich dachte echt, ich komm da hoch. Oh, nee, doch nicht. Okay, warte, ich bin auch sofort so weit. Wollte mir sagen, ihr seht meinen Namen nicht. Wir stehen in einem Dreieck, Leute. Ich seh euch da hinten auf dem Stein stehen. Der eine ist in einem Haus. Ich seh dich doch. Mensch, schäl doch mal. Lass wieder Sand zwischen den Beinen, oder was? Oh, wir brauchen so viele Blotten. So viel Haut. Oh Gott, Bambi. Ja, Bambi kommt doch jetzt. Seid froh, dass ihr sich nicht nur irgendwie ins Bad müsst und schminken müsst oder so. Das würde dann eine halbe Stunde dauern. Folge oben. Halbe Stunde? Du bist optimistisch. Ah, sorry, Stunde? Wusste ich nicht. Äh, mach das Tor zu, ja? Ich hab das Tor schon zugemacht. Ich bin ein Justin. Hä? Das Tor, wo ich gerade da war, das musst du gleich zumachen. Ja, gleich. Ich bin die ganz volle Liebte. Ich sag, ja, guck mal, wir können... Die Mutanten schlachten und all das. Und dann kommt sie so, nee, ich bin ja nicht Justin. Also wirklich. Weil ich es ein paar Mal vergessen habe jetzt, wirklich. Ein paar Mal? Ja, das ist so richtig, das ist typisch Bambi. Weißt du, wenn du dir was Gutes tun kannst, ist es immer so richtig, oh, bist du süß. Aber wenn du was von dir möchtest, ist es immer so, ja, morgen, nächste Woche, vielleicht nächstes Jahrhundert. Ich bin zu ihr, man kriegt einen Arsch, wenn man ist böse zu ihr, ja, der Arm, den kann sie doch nicht so bleiben. Hä? Das ist halt typisch Frau, das ist typisch Frau. Nein, das ist einfach so. Also, die gammelt da immer noch. Wir sind jetzt schon rübergeschwommen. Ich mach gerade dein Tor zu. Aber das reagiert halt einfach nicht. Jetzt. Wofür brauchen wir Baumharz? Ah, für meine Schädellampen. 218 Stöcke? Ich hab drei. So, wo ist denn euer Schriftzug? Ich seh euch nicht. Hinten, am Berg, geradeaus durch. Von der Base aus geradeaus gucken. Nee, da steht nix. So, eigentlich hinter mir? Ich bin, ja, knapp, aber ich warte jetzt kurz. Die sieht uns nicht. Ich seh euch echt nicht. Ich glaub, den Mann hat einfach schon mal den Klatsch. Ich glaub, wir haben hier einen Spaß. Guck mal nach rechts. Guck mal nach rechts. Ach, da steht. Das kann man aber gar nicht sehen. Also, deinen Namen sehe ich gar nicht. Ich sehe nur Justin. Ja. Jetzt versteckt die Drecksausch. Was soll der kackt denn? Wer versteckt sich? Die alte Schildkröte hier. Die Schildimäldi. Die Mäldi Schildi. Was denn? Das sind drei von unseren Schlägerfreunden. Ja, musst du jetzt durch. Ich glaub, das sind die, denen ich das Bier geklaut hab. Die laufen mit. Justin, da kommt einer zu dir. Können die eigentlich ins Wasser? Nee, ne? Die ertrinken, die kann ich schwimmen. Die schillen gerade alle am Ufer. Jetzt hab ich hier einen Schildkrötenkopf, aber ich kann den nicht mitnehmen. Was haben die denn alle gegen mich? Warum hast du nicht das Leben eigentlich so? Man sollte die Kleinköpfe einfach in den Moment annehmen. Ich komm jetzt nicht hier raus, ne? Sieh zu, dass du deinen Arsch aus diesem Wasser bewegst. Nö. Und stürzt den Krokodil in die Base. Wirklich, unter deinem Bett. Das ist okay, das ist nämlich... Du weißt ja gar nicht, welches mein Bett ist. Es ist ein Dude, ein Dude hier. Drei. Einer. Drei. Einer. Ich seh allein noch zwei Stück. Er hat aber ziemlich spät gecheckt, dass ich wie anders bin. Da sind noch zwei Stück. Die kommen jetzt gleich. Hinter den Felsen. Hast du sie jetzt alle drei auf dem Schirm? Ja, die einer hat... Oh Gott. Bubis! Oh Gott. Der zieht den anderen weg. Ey, der zieht den weg, den ich verletzt habe. Was soll denn der Mist? Der lebt wieder. Macht die da eigentlich schon? Mutantenkloppen. Ja, die sind ein bisschen sauer auf mich. Weil ich den Mist kaputt gemacht habe. Sicher, sicher. So, wo ist die Bubi, Alde? Die ist weggelaufen. So eine Feige. Eigentlich wollte ich mich ja nur mit der anlegen, weil ich das nicht einsehe, dass die da mit ihren Bubis vor dir wackelt. Aber gut, ich habe zwar den ganzen... Ich habe da kein Problem mit YouTube. Ich auch. Das ist natürlich, Mensch. Das ist Kannibalismus. Bubis haben ist Kannibalismus, ja? Ja. Aha, okay. Ich hätte noch mal was essen sollen vor unserer Reise. Toll, du hast es hingekriegt, dass keine Feministin mein Video liked. Womit ich eh wahrscheinlich niemals gerechnet hätte, aber trotzdem. Alles deine Schuld. Ja, ich finde es gut. Dann kann keiner unsere Videos liken. Oha. Ja, das war richtig deep-set. Ja. Komm, Justin. Soll ich dir eine suchen? Dann kannst du ein bisschen an ihre Brust... ...dich ein bisschen ausweilen. ...dich wirklich. Was? Mach mal, pass auf. Nach der Folge sagt er wieder... Oh ja, ich komme auf das Angebot zurück. Wo ist denn der bitte? Oh, was... Hier. Was denn? Was denn? Hab ihn. Was war das? Wirklich, ich bin Beer Grills, oder wie der hieß. Grey? Grills Beer. Nee, Brigade. Grills Beer. Gags. Ich weiß nicht. Du willst mir gar nicht gar nicht trinken. Döke. Gags. Der Überlebenskirmsler. Ich fand Flitzbier besser. Ey, da tust du mir Geld, da wird sich irgendwas passen, wenn du da alles umbringen kannst, okay? Aber ich kann ja gerne mal ein bisschen Geld rüberwachsen lassen, wenn du so... Ach, Geld ist heutzutage... Alle sagen... Leider alles. Ich will jetzt alle sagen, es ist leicht, um Social Media Geld zu verdienen. Es ist nicht so leicht. Vielleicht leichter als früher, aber es ist nicht so leicht. Ja, da er ja mein Cousin dritten Grad ist, guckt er sich bestimmt das Video an. Weil, der muss sich echt hassen, ne? Was meinst du? Weil er nicht mal aushilft, was Geld angeht. Ja... Das liegt daran, dass unsere Geschwister eigentlich Eltern waren, was? Hä? Das ist deine... Das ist deine Tante, deine Mutter, ja? Ja. Was? 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 Nein, unsere Geschwister waren eigentlich Eltern, nicht unsere Eltern waren eigentlich Geschwister. Unsere Geschwister waren eigentlich Eltern. Ja. Das macht genauso wenig Sinn. Alter, jetzt schallerst du meinen Kopf richtig kaputt. Oh Gott. Kann nicht mehr. Alle mal kurz, alle mal kurz auf den Baum. Stumpf. Ich hab zu viel mit anderen Menschen zu tun, das tut meiner Intelligenz nicht. Ich hab's nicht an. Und auch. Ich hab nichts an. Warte. Ich auch nicht. So. Tauchergerät ist an. Ich hab aber keine Luftdinger. Druckluftflaschen. Ich seh deine, ja. Druckluftflaschen? Da steht Druckluftflaschen. For real? Ja. Die Druckluft, der geht sie nicht, hä? Immer so. Die Druckluft. Oh, ich zieh mir heute erstmal wieder drückende Luft rein. Warte, die Druckluft, die zieh mir rein. Also, Leute, so langsam. Was? Hast du deinen Taucheranzug an? Ja. Ich hab auch echt schon eine neue Druckluftflasche benutzt. Ja, gut. Ich bin nicht wieder betrunken. Achso, was? Ertrunken? Ja, die Frage ist schon mal so. Ey, die Zungenregel. Ich brauch' ne Zulapie hier drin. Ich hab'n Bild. Da ist ein X bei einer Hütte. Das heißt, da gibt's was. Was gibt's da? Oh mein Gott. Ja. Ich wollte schon immer so'n Waffenteil haben. Wenn ich ein kleines Kind bin, hab' ich davon geträumt. Brauchen alle. Die Hütte sieht sogar aus wie die, die bei uns ist. Ja. Ist aber nicht die. Am anderen. Kann ich hier sorglos einfach unterbleiben? Ja, ja. Da sind... Irritiert wird's voll, wenn mich die Augen die ganze Zeit anglotzen, die auf meinem rechten Arm sind. Boah, fühl ich, die sind so creepy. Die Augen. Du hast auf deinen rechten Armen Augen, die dich angucken. For real? Hab' ich auch nicht. Ja. Das sieht so ekelhaft aus. Da macht immer jemand Auge. Döne RTW. Oder sowas. Noch Polizern, die weiß es nicht. Hä? Oh, sieht der Himmelschön aus. Oh mein Gott. Unser Kreuz, das ist gewandert. Ich hab' noch kein Kreuz. So sieht das aus, wenn du die Zeugen Jerovas nicht reinlässt. Jerovas. Jerovas. Kann ich auch ne Bibel kaputt machen? Alter. What the fuck? Was denn? Bisschen Respekt. Bisschen Respekt. Hab' ich. Ich hab' ne Bibel an der Hand. Ich hab' zwei Bibeln. Ich hab's ja nicht gemacht. Oh, so Treibstoff, das ist gut. Oh, so war ein Tanz. Jakst. Oh, guck mal. Oh, ein Bild von der Spinne. Spider-Homen. Willst du das mitnehmen in deinem Bett? Ich brauch' das nicht. Spider-Homen, wir haben sie gefunden. Hier liegen Schädel. Bitte, Bami, bitte. Nehmen Sie einfach mit. Spider-Homen. Was? Nein, Homen. Die alte Vorstand, eine Tante, die jeden Kante. Da steht einfach Benito Leimsturm. Der Lieben Mittenstein. Ja, klar, jeder kennt den Gutmärkten, die Mittenstein. Nein. Hattet ihr dann ein Foto von der Bottschwein-Mittantin? Nein. Sönt ihr das Lagerfeuer hier anzünden? Ist doch an. Nein, das ist nicht bei mir. Bei mir ist es an. Oh, so viel Alk. Ich bin aber schon voll. Was? Bei mir ist auch nicht an. Ach, auf L1 holt man die Karte raus, ist das cool. Ich kann aber auch nicht anmachen. Ah, hier ist die Axt, ich habe die Axt. Ja, ich habe eine neue Druckluftflasche. Hier hängt eine Axt. Links von dir, hallo. Warte, warte, warte. Ich muss hier erstmal... Ja, I got it. Und das ist deine Traumfrau, Justin. Das ist eine Gephi. Und that woman I dream all day and all night all day. Das ist eine Gepharella. Gepharella, Gepharella, lass deine Babys herunter. Wie kommt ihr aus sowas? Was war nochmal unser neues Lieblingswort? Was hast du da vergessen? Also abgesehen von Schädelspalten. Hä? Was war das nochmal? Mutonslayer oder was? Nein. Ach, Schatz, du musst doch wissen, was ich meine. Warum muss ich das immer wissen? Weil du der Clevere bist. Aha. Das ist traurig. Das ist mein Weihnachtsblues. Der Christmasblues. Demnächst auf CD. Die Bluse auf CD. Die Blusen auf CD. Die Blusenschallplatte. Weich und Komfort. Ey, Leute, hier sind Enten. Entenschlachten, was? Du hast echt ne Möcke. Ich muss hier mein komplettes Konstrukt neu aufbauen. Da brauche ich verschiedene Düfte, die ich anbieten kann. Meinst du, jeder interessiert sich für den Höhlenfurz? Ich meine, Justin ist zwar guter Kunde, aber ich brauche halt auch noch andere Kunden. Noch nie gekauft bei dir. Das würde ich auch behaupten. Kann man die Hände töten? Kann man die Hände töten? Ja, safe. Jetzt schon welche getötet, aber irgendwie. Aber die kommen, glaube ich, nicht richtig an Dings, an Rand. Die zählen nicht als Tottiere. Da liegen die Hände in dem Wasser der Toten. Ich habe einiges abgeschlachtet, aber auch ein X, aber jetzt kann ich mich schaden, ne? Also, ein bisschen lecker. Ja, gut, da liegt jetzt ne Tote im Wasser. Ich komme halt nicht dran. Ja, scheiß drauf. So, jetzt wollen wir die Karte noch holen, ne? Genau, damit wir ja nicht so wollen, den Endbos machen können. Wer ist? Du seid zu uns. Du warst. Obwohl, vielleicht fünf Likes. Es heißt, dass The Forest Project nicht schon wieder Fast Run durchspielen, Lauf machen, das, ne? Mingo hat gesagt, dass wir Team hier retten. Frech, ehrlich. Einfach nur frech. Ich weiß, wir haben Pläne. Wir wollen uns hier was aufbauen. Und er ist einfach so... Und nicht für das Artefakt, damit Bambi noch mehr Mutanten schlachten kann. Mutanten schlachten. Was? Okay. Dann machen wir das Hype in der lieber nächsten Folge. Ich finde, das kann auch noch zwei Folgen warten. Ich habe schon so viele Mutanten geschlachtet. Ich habe erst mal vorproduziert. Ja, gut, aber nicht. Könnte gleich Stämme auffüllen, wenn ihr Bock habt. Ne, lass mal. Willst du mitmachen, Justin? Du kannst reisteigen. Ich würde Mutanten schlachten, wenn wir den Boss gemacht haben. Dann würde ich sofort mitschlachten. Weißt du, was wir machen können? Ich beteilige dich sogar am Umsatz. Beteilige. 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 Ich bin so durchführend. Ja, fühl ich. Es ist auch warm heute da. Dann eine Haut, die Stunde. Nein, guck mal. Bei jedem Kauf, den du selbst tätigst, bei uns. Jetzt mal ohne Witz. Ja, irgendwo jetzt. Größer Eingang, also. Von jedem Einkauf, den du bei uns tätigst, um wieder Höhlenfurz zu kaufen, bekommst du 5% unserer... Das heißt, du gibst quasi nur 95% aus. Wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Lucifer, das bleibt unter uns, dass du nur 25 zahlen musst, ne? Ich hab grad gar nicht zugehört. Wer gibt 95% aus? In der seltenen Zeit liegt es mal eine Runde für uns kostenlos. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hä, warte, ich hab Justin verloren. Ich auch. Ich seh nur noch deinen Schriftzug. Ich seh auch nur noch deinen. Weil er schon in der Höhle ist. Ja. Er hat einfach nur gesagt, hier ist die Höhle. Und seitdem ist er weg. Ihr seid beide dran vorbeigelaufen. Ihr wart direkt am Müllneingang. Hä, wo denn? Ich krieg mir grad lecker Haar, so ein Dreh. Ich seh gar nichts. Ich auch nicht. Der verarscht ist. Ich verarsch euch nicht. Doch. Das ist frech. Das ist nicht nett. So was macht man nicht. Du bist wirklich dran vorbeigelaufen. Wo? Ich seh nichts. Ich seh nicht mal einen Meter weit. Oh Gott, halt die Klappe. Ich möcht gerne, dass es zu einem Ohrwurm wird. Also, ich bin jetzt am Eingang. Da, ich seh einen Namen. Ich seh ihn. Warte, warte, warte. Die Spitze guckt raus. Was? Was? Das ist ein Junge. Ich wusste nicht, dass ich bei seiner Geburt dabei war. Na komm, der geht direkt in die Spalte wieder rein. Bist du doch Heber mit Bambi, hä? Vergessen? Ja, aber... In der Einflug warst du Heber. Das habe ich jetzt schon echt lange nicht mehr gemacht. Ich möchte ja nicht sagen, die haben mir irgendwie meine Zulassung entzogen. Aber irgendwie haben die mir meine Zulassung entzogen. Ich weiß nicht. Ich will ja nicht sagen, aber irgendwie haben sie mir die Zulassung entzogen. Ja, aber komischerweise erst, seit ich mit euch beiden hier unterwegs bin. Oh. Brenne. Witzig. Gott, erst mal speichern hier. Kann man? Ja. Speichern. Wo denn? Ah. Zelt? Da. Am Zulassungszelt? Das war gemein. Das war voll das Salz in meiner Wunder. Boah. Besser als Urin. Aber nicht das Gute, das war so dieses Jodsalz, dieses billige, weißt du? Mehr Salz. Was? Salz ist mehr. Weißt du nicht? Mehr Salz? Boah, nee. Bambi kommt. Bambi kommt, aber Bambi hängt bisschen fett, weil mein Popo ist zu dick. Hängt bisschen fett. Bambi kommt. Alles klar. Hallo, hier steht Bambi. Da unten warten Bambis Verehrer. Die Spaßrichtung. Guck mich mit. Nee, ich laufe ihm ganz bestimmt nicht vor. Ich verglich mich immer im Hintern. Alter. Alter, lass mich doch mal ankommen. Oh, ich bin auf einen draufgefallen, der ist tot. Bambi, du als erstes. Du hast das Schlag. Deine für Eva. Ich will das nicht mehr. Hört ihr mal auf mich an zu passen? Ich hab ne Hände für die. Ach, da sind die Augen. Leute, guck mal, jetzt sehen wir die auch mal. Dort ist Arschbacke. Direkt unterm Auge ist Arschbacke. Von dem Typen hier, die Arschbacke war da. Ach, so schöne Pipi-Arschbacke. Was habt ihr hier gemacht? Da guckt man sich ja mal kurz die Augen an seinem Arm an. Was, by the way, völlig normal ist heute, also ne? Dösen. Was, dass man Arme an den, dass man außen an den Armen hat? Ja, das ist voll normal, hey. So, bambi, da unten. Da unten ist dein größter Verehrer, den du schon die ganze Zeit suchst. Bin runtergefallen. Oh, shit. Oh, nein, ich auch. Oh, shit. Oh, no. Das ist irgendwie keine gute Kombi. Warte, warte. Ich schieße dir den Arsch. Ja, du siehst den Arsch. Ich hab gehört, das betäubt sie. Das stimulieren ihre Sender so, dass ich bekämpfen wollte. Ja, dann wollen wir ganz andere werfen, das würde ich gern vermeiden. Würde ich ne Bombe runtersmeißen? Warum ja noch Justin? Nein. Der mag doch den Sexarming so sehr. Oh, nein. Angst, der Baby. Nachte Waschbären, wie oft noch nicht. Ey. Alter. Wenn's nicht waschbären wären. Schwingend Kopf haben. Alter, wann war das denn? Wir würden gegen die zwei Sachen, die wir brauchen, ne? Hinten in der Höhle. Oh, Double Kill. Du schützt dir mich? Ich hab'n Baby-Kopf. Voll, voll, voll. Double Penetration Kill. Was? Was? Bei dir. Ich hab'n Kopf. Du bist noch da oben, dein Ernst? Guck mal, da ist Megan, Leute. Was? Wo? Na, guckt euch die Filme an, die es hier gibt. Ich hab' doch diese Filme da. Ich hab' doch nicht mal ne Kamera. Hinten in der Höhle sind die Kameras. Ich hab'ne Karte. Ja, direkt da links daneben, nämlich. Nein. Guck mal, da ist das Artifakt mit dem Tini umgebracht, so. Ich hab' ja noch mal ne, hier ist keine Kamera. Ah, hier. Nö. Der Schwarz-Wieber da liegt. Ja, habs, habs, chill doch. Brötchen, bitte. Ich hab' jetzt mein Baby-Kopf feiern lassen. Kann sie nicht mitnehmen, weil liegt hier. Warum kann ich den nicht mitnehmen? Ich hab' dich mit dem Baby-Kopf. Du Satisfen, nass. Baby-Born for life. Haben wir einen Lüchen gesehen, der sich transformiert? Was hat, Leute? Leute, jetzt kommt der interessanteste Film. Durch mal den. Ja, ich komm' jetzt keinen Film an. Da ist ein Arm sie ausgebrochen. Oh, ich hab' ein Bild. Oder ne Karte oder sowas. Ja, das ist die Karte. Die, Alter, hat mir einfach drei Rüstungen geklaut. Ja, Leute, das war die heutige Filmshow. Oh, Gott, das war ein Akte, ey. Ich hab' mir das Video ganz angeschaut. Ich hab' zu viel. Ey, man konnte sich vier kleine Kurzfilmchen anschauen. Ja, ihr habt mir aber nicht gesagt, wie, also bin ich einfach weitergelaufen. Den komischen, das komisch-schwarze Ding was unten ist. Ja, den kannst du doch immer noch machen. Den kannst du dann direkt die Kassetten. Du hast doch schon den mit ihr geholt gehabt einmal. Ja, mach gleich. Haben wir? Ja. Aufpassen, du kannst dich deinen Kopf anstoßen oben. Ich häng' jetzt nicht mehr. What the fuck? Warum häng' ich jetzt? Da gehen wir jetzt noch nach Hause und dann folgen Ende, oder? Also, ich, ich bin ehrlich, ne? Hä, wie ist gleich im Zelt? Die haben die echt nicht, die, die Höhle haben die echt nicht für, für... Bambi, willst du dich noch mal verlaufen? Für so ein Männchen immer. Wolltest du dich noch mal verlaufen? Da unten ist noch mal ein Kleidungsstück. Für deine neue Parfümarten. Wolltest du noch haben, oder? Ja. Ey, hör doch auf mich zu hauen, Mann! Ich wollte dich schubsen. Nee, ich wollte ihn eigentlich runterschubsen. Stark. Ey, wie redest du? Wasch mal deinen Mund mit Kannibalenblut aus. Nee, mach du doch. Nee. Wer kommt hier bei mich bei, weil hier ist ganz, ganz viel. Nee, ich gurgle nicht immer bei Armsy. Mach's vor, ich mach's nach. Wo ist denn hier Kleidung? Ganz viele Medizin, ganz viele Schädel. Ich speichere. Bambi, wolltest du denn die Schädel haben? Guck mal. Tag 33 schon. Ich hab' zu viele Schädel. Oh, aber die sehen nicht so aus. Kann man die kaputt schlagen? Dann können wir nicht. Hier ganz viele Sachen. Oh, Hände! Struggle durchmachen. Das habe ich vielleicht verdient, oder? Tut auch nicht so gut mit uns. Mega. Also wirklich, ja. Ja, ich beschwär mich auch nicht. Ich sag nur, dass hier halt nicht einfach so halten, ne? Das ist auch nicht einfach. Aber ich hab' ja nie behauptet. Ja, ich hab' ja nie behauptet, dass ich einfach nicht so zu nützt. Oh ja, ich zieh jetzt meine Bademantel und meine Bademantelhose an. Was? 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 Weißt du das jetzt schon wieder her? Weiß ich nicht, ob's deinem Koffer war, aber ich hab's irgendwie und jetzt hab ich's an. Aber man sieht davon wahrscheinlich eh nicht so viel. Heutzutage. Heutzutage. Du bist schon wieder oben? Hm. Und schon wieder oben? Dann kannst du dir kurz meinen Bademantel und meinen Bademantelhose anziehen. Ansehen. Dann lass mal. Okay. Was haben wir denn alles? Was haben wir denn nicht? Ah, mal 5. Davon haben wir... Sagt der mir nicht. Pfeile haben wir auch noch. Oh. Boah. Es ist so ekelhaft, dass das geht. Mir das Lara vorher anzustellen. Was? Ah. Ja, ist kaputt. Kleines Schwein. Okay, wie findet ihr mal ein neues Outfit? Leute ehrlich, Skala von 1 bis 10. Ich speichere gerade, also sag ich jetzt einfach mal eine 6. Ähm. Ich weiß, was sie anhat. Was hat die denn an? Was denn? Oh. Was denn? Nö, ist alles gut. Habe ich nichts an? Doch, steht hier. Guck dir mal an, was ich anhabe. Bin ich nackig? Guck dir mal an, was ich anhabe. Bin ich nackig? Guck dir mal an, was ich anhabe. Guck dir mal an, was ich anhabe. Guck dir mal an. Guck dir mal an. Guck dir mal an. Guck dir mal an. Guck. Nein, ich brauch das nicht. Aber so kann man auch gut vermeiden, dass die im Sommer und wenn das Wetter so wie jetzt gerade, hier so aneinander kleben, weißt du? Ja. Oh ja, stehe das. Ich lebe jetzt schon so lange als Mann hier in diesem Spiel. Ja gut, Leute. Guck dir schon so viele Babyschädel zwischen meine Beine bekommen. Ich kann jetzt jeden Schmerz nachholzen. ja das war es an dieser stelle vielen dank fürs zuschauen lasst die tiefen lege ein abo das haben wir alle verdient wirklich wir quälen uns alle miteinander nein natürlich lasst gerne like ein abo da wenn ihr geilsten sein wollt wenn ihr normales sein wollt dann lasst ihr keins da aber jeder möchte einmal der geilste sein oder bis zum nächsten mal wünschen euch weiterhin alles gute und tschüss 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 bye bye